Game over. Was denn jetzt? LOL. Was ist denn? LOL. Wo bin ich? Ähm... Stehbleiben. Willst du etwa gehen? Das ist ja von... Unhöflich. Ich glaub es ja wohl nicht. Ich habe noch nie so viel geplant. Und wäre dir sehr dankbar, wenn du das respektieren könntest. Du kommst jetzt zurück aus Schiff und dann machen wir das ordentlich. Unglaublich. Äh... Ich will aber nicht. Ich will aber nicht. Leute, Leute, dann lass mich. Aaaaaah. Ach, wie cool. Das ist ja geil. Sehr innovativ. So, dann gehen wir mal an den Deck. Äh, wir haben Stromausfall. Okay, so. Ähm... Dann gehen wir mal in den Generatorraum. Ah, da ist Benji. Wow. Du bist der Ninja, oder? Der den Gäppen entführt hat. Auf dich war ich gespannt, wie du dich bewegst, wie du kämpfst. Du bist klasse. Ich weiß, ich heiße Benji. Chefswartung. Du bist sicher hier, weil der Generator ausgefallen ist. Tut mir leid. Unser Lieferant ist unzuverlässig. Die könnten nicht stabiles bauen, wenn ihr Leben davon abhänge. Ich hab's bald repariert. Ah, cool. Das ging ja schnell. Ich hab's bald repariert, Alter. Schon fertig. Viel Glück da draußen, Kumpel. Wenn die Lichter wieder ausgehen, komm einfach vorbei. Ich freu mich drauf. Ciao. Okay, tschüss. Ach, cool. So, so. Ah, Spielern. Komm hier rein. Alter, wie geil. Lol. Hallo, hallo. Willkommen im Raumanspiel. Äh, momentan haben wir, äh, ein Spiel. Ich nenne es Kätz. Was? Kistenkrachen? Benannt nach meiner Wenigkeit. Es macht echt Spaß. Kein Witz. Wenn du dich gut genug schlägst, bekommst du eine Hinweismunze. Wenn du mich fragst, finde ich einige der Prüfungen des Kapitäns zu schwer. Was? Wenn du mich fragst, finde ich einige der Prüfungen des Kapitäns zu schwer. Okay. Aber das bleibt unter uns. Versuch wir's. Oh Gott, was kommt jetzt? Oh Gott. Auf die Spitze. Was? Zwei. Was? Was? What the fuck? Äh, nächstes Mal klappt's. Wir hatten hier früher mal noch ein Spiel. Ein Videospiel. Hast du mal von Nonna Decken gehört? Ist ein uraltes Arkadespiel. Leider wurden die Reihe aufgegeben. Aus der Geschichte gelöscht. Ich kann mich aber daran erinnern. Tatsächlich konnte ich vor einer Weile vor, was vor Abgespräch, der Fortsetzung auftreiben, an der die Entwicklung gearbeitet haben, als sie alle unter merkwürdigen Umständen aussehen kamen. Leider hat der Kapitän die Diske kaputt gemacht, bevor ich es spielen konnte. Das war sicher keine Absicht. Pure Ungeschicktheit. Trotzdem hat er sich versucht, die Beweise zu verschenken. Letztens habe ich ein Bruchstück der Diskothek. Alter, das Regal. Guck mal, wo das ist. Da oben. Alter, da oben am... Ich kann das... Natürlich, ich kann... Ich kriege das da oben am Regal. Ernsthaft? Neun Stück. Jetzt darf ich hier schon zocken? Ernsthaft? Ich darf das nicht nochmal spielen? Oh, wie gemein. Ich habe das aber auch nicht verstanden. Oh, wie gemein. Alter. So. Jetzt sind wir hier, ne? Das ist jetzt so komisch an, wie der läuft. So. Oh Gott. Klassischer Level. Maschinenraum. Hä? Eingangsbereich. Oh Gott, 36 Sterne. Oh Gott. 20 Sterne brauchen wir. Oh Gott. Das wird so furchtbar. What the fuck? Ach komm, hör doch auf. Ach komm. Hä? Hä? Alter, ernsthaft? Alter. Wie soll ich denn hier bitte zwei Sterne holen? So, vielleicht? Yeah, zwei Sterne. So, nächster Level. Oh Gott. Oh Gott. Äh. Äh. Halt das? Ein Stern, okay. Ähm. Zwei? Ja, zwei Sterne. Ich mach das alles auf. Alter, was? Hinweis freischalten, null. Äh. What the fuck? Wie soll das denn gehen? Ich hab doch... Hä? Wie soll das denn funktionieren, Walter? Was? Ähm. Wie soll das denn funktionieren? Ich hab nur drei Ninja Sterne. Und mit dem Schwert geht nicht. What the fuck? Ja, und jetzt ist es vorbei. Das war's. Ich werde dieses Level niemals abschließen können. Oder gibt's da... Gibt's da irgendwie noch einen Trick? Kann ich mir irgendwas machen? Schau mal eben. Äh. Ich kann nur springen, schlagen und werfen. Mehr geht nicht. Ah, okay. Ich glaub, ich weiß wie. Hup. Ah. Ja. Alter. Ja, komm. Ah, da muss man aber echt schnell sein. No, ernsthaft? Oh Gott. Aber hey, zwei Sterne. Uh. Man muss echt noch ein bisschen mitdenken und überlegen. Das ist ja cool. So, warte mal. Nächster Level. Äh. Oh Gott. Fürchterlich. Oh Gott. Ähm. Es kann sein, dass ihr elliptische Anfälle bekommt bei diesem Let's Play. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Tja. Okay. Ich sollte vielleicht noch außen gehen. Zwei Sterne. Einen Stern. Okay. Machen wir nochmal. Besser? Nein. Immer noch nicht. Ähm. Immer noch nicht. Ähm. Okay. Nein. Falsch. Mann. Du-du-dum. 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 Jetzt aber. Yeah. Zwei Sterne. Muss einfach nur schnell sein. Nur ge-weeft sein. Oh Gott. Äh. Okay. Okay. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Das ist schaffe ich nicht im Leben. Ah. Moment. Ich muss andersrum gehen. Ja. Nein. Fuck. Nein. Mann. Nein. Ich muss da rüber. Alter. Was? Ach. Fick dich doch. Ach komm. Das ist doch so lachhaft. Okay. Da schaffe ich nicht im Leben zwei. Doch. Alter. Man soll nicht an sich selbst zweifeln. Habe ich mir sagen lassen. So. Nächster Level. Äh. Ernsthaft. Und da oben ist auch noch einer. War klar. Boah. Das ist schwer. Boah. Mein Gott. Na. Brauche ich denn da unten direkt zwei? Drei? Bestimmt. Ja. Muss ich ja. Oder bestimmt. Sollte drei. Hm. Den krieg ich ja so nicht. Ist klar. Dann springt er manchmal nicht richtig. Boah nee. Ist aber echt kackenschwer. Das Level auf zwei Sterne zu bringen. Ja. Das ist kackenschwer auf zwei Sterne zu bringen. Oh Gott. Äh. Ja. So. Genau so wollte ich das. Genau so wollte ich das. Aber das krieg ich glaube ich sogar auf zwei. Auf drei Sterne. Äh. Ich wollte nochmal zurück. Kann ich nochmal zurück? Ich würde gerne nochmal zurückgehen. Ich würde gerne nochmal. Das glaube ich krieg ich sogar auf drei Sterne. Großkotzig. So wie ich bin. Gott. Oh Gott. Oh ich hab. Nein. Was? Wieso ist der denn? Hä? Oh. Oh warum? Warum? Es ging doch vorhin so gut. Mann. Oh. Oh. Das gibt's doch nicht. Was? Alter. Mann. Yeah. Ich glaube das wird das einzigste Level sein. Was ich auf drei Sterne schaffe. Oh mein Gott. Ähm. Oh Gott. Äh. Was? Da oben. Guck mal da oben. Wie soll ich das denn da oben machen? Alter was? What the fuck? What the fuck? Ne. Ich zweifel schon an mir selber. Ne. Ich drück die falsche Tast auch noch. Oh mein Gott. Ah ich muss erst oben. Fuck. Ich glaube jetzt weiß ich wie. Nein. Zwei Sterne. Okay. Wenn man so ein bisschen den. Ich glaube. Ich glaube wenn man so ein bisschen das Level versteht. Den Rhythmus. Also. Wie man wo sprengen muss. Und um die richtig zu treffen. Am richtigen Rhythmus. Kommen sie glaube ich dann auch anschließend. Und glaube ich auch nur noch auf die Zeit an. Oh Gott. Äh. Ja so nicht. Äh. What the fuck. Ich brauche oben auf jeden Fall. Ich brauche unten auf jeden Fall. Zwei Sterne noch. Alter die Vögel. Oh Gott. Das reicht nicht. Nein. Ich brauche unten zwei. Mann. Was mache ich denn? Nein. Dann will man so schnell sein. Dann passieren aber die meisten Fehler. Oh Gott. Ein Stern. Oh ne. Zwei sogar. Oh mein Gott. Okay. Zurück zum Schiff. Oh mein Gott. Und ähm. Boah. Das ist ja. Alter Schwede. Wackelkopf. Entschuldigung. Unser letztes Gespräch wurde unterbrochen. Benji. Du Idiot. Was ist denn da? Und los. Entschuldigung, Sir. Dieses Generator ist ziemlich mies. Du bist ziemlich mies, Benji. Ich bin kurz davor, dich über Bord zu werfen. Verstanden, Sir. Kommt nicht wieder vor. Gut. Also. Ninja. Wo waren wir? Ach ja. Du wolltest mir sagen, dass du... Äh. Jetzt hab ich so schnell gesagt. Entschuldigung. Sowas. Wie du hast recht, Robert. Ich bin noch nie so schnell. Wie alle sagen. Oder ich bin nicht so schnell, wie alle sagen. Oder ich bin ein Schwindler. Niemand ist so schnell, wie ich zu sein vorgebe. Du hast sicher was vorbereitet. Also los. Du kannst doch hin, oder? Du verstehst, was ich sage. Oh, Junge. Das hatte ich nicht erwartet. Weißt du was? Meinetwegen. Wenn du es so machen willst, machen wir es eben so. Aber jetzt ohne Samthandschuhe. Ich bring dich schon zum Reden. Ob du willst oder nicht. Schluss mit lustig. Also. Ich bin natürlich immer noch lustig. Aber. Und ich würde sagen, ich mach jetzt an der Stelle Stromausfall. Mach jetzt erstmal eine Pause. Ich weiß noch nicht, ob ich weitermache. Ich muss mal gucken. Ihr müsst mir das mal sagen. Ich lade das mal hoch. Und. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ob ihr das weitersehen möchtet. Ich find's. Ich find's ganz cool. Ich find's interessant, muss ich sagen. Es ist ein cooles Gameplay. Ich weiß nicht, was da noch auf uns wartet. Ich mag ja so Indie-Games. Und. Schreibt mir das mal. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ob ihr da noch ein paar weitere Folgen sehen möchtet oder nicht. Und. Ich würde sagen. Ja. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.